So, heute geht es um Kooperationsbereitschaft. Wenn bei uns Leute eine Ausbildung zum Therapiehundeführer oder zum Hundetrainer machen, dann ist eine der 70 Fragen, die sie beim Test beantworten müssen. Wie arbeitet man richtig tierschutzrelevant mit einem Tier? Und da ist eben Kooperationsbereitschaft ausnutzen und Spaß dabei haben. Und die Kooperationsbereitschaft, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wenn ich zum Beispiel, die Hilde ist eine der ängstlichsten. Bertha, bitte. Die Hilde ist, die Bertha schießt dann jeden in den Bäuche, weil sie Ball spielen mit den anderen will. Ich habe da nicht im Video, sogar der Kott schießt sie in den Bäuche und keiner will mit ihr Ball spielen und dann regt sie sie auf. Die Hilde ist die ängstlichste, wir haben neue Halfter von Bertha. Wir haben neue Halfter bekommen. Jetzt gebe ich den Ball, weil sonst ist da in dem Video keine Ruhe. Danke. So, jetzt gibt es dann Frieden. Und ich habe mir gedacht, ich mache der Hilde eine Freude und gebe auch neue Halfter rauf. Nein, mehr, wenn ich mir brauche. Ich habe das Halfter gesehen, die hätte sie nie das Halfter raufgegeben lassen. Das war so mit einem Plüsch vorne und das dürft ihr irgendwie erinnert haben. Und die Pferde sind so traumatisiert. Und am Anfang habe ich gebraucht oft eine Stunde, bis sie das Halfter, bis sie ruhig stehen bleiben ist. Ich habe sie nie gezwungen, das Halfter rauf zu geben. Am Anfang haben wir nicht die Halfter umlassen. Und wie sie dann schon ein bisschen Vertrauen gehabt haben, haben wir die Halfter rauf, runter geübt. Und so wie ihr das heute im Video auch seht, ich warte, bis sie ruhig bleibt, bis sie den Kopf reingibt. Dann tue ich so, als würde ich das Halfter drüber geben. Und wenn sie ruhig bleibt, gebe ich es gleich wieder weg. Also ich gebe es gar nicht ganz drüber, sondern immer nur Stickel. Und wenn sie dann ruhig stehen bleibt, dann kommt sie einmal ganz rauf und gleich wieder runter. Und dann kommt sie ganz rauf und wird zugemacht und kommt wieder runter. Und so geht es wirklich langsam und Schritt für Schritt. Und trotzdem sind alle drei Pferde mittlerweile so, dass sie, jeder hat ihr Zeit, die Elf gibt sofort. Die Elf ist irrsinnig kooperationsbereit. Warte. Und, 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 das passt einfach. Und auch bei den Hunden, wenn ich das Halsbandel hier habe, meine Halsbandeln sind immer zu. Also ich mache die nicht auf und zu, die schlupfen da rein, die sind zwar ein bisschen locker, aber meine Hunde ziehen ja nicht und rennen auch nicht davon. Und es ist einfach schade, gerade wenn ein Hund jetzt zum Beispiel Angst hat, über diese Angst drüber gehen. Über das haben wir eh schon so viel geredet. Probiert es einmal. Ihr werdet euch wundern, wie kooperationsbereit Tiere sein können. Wenn man den Hund einmal nicht zwingt, sondern ihn dazu einlädt, mitzumachen, so wie ich es auch bei meinem Training mache, auch die Intensivtraining, wo die Leute aus Deutschland, aus der Schweiz überall kommen, da werden die Hunde eingeladen mitzumachen und die machen gern und freiwillig mit. Und alles, was sie von sich aus machen, das haben sie auch gelernt. Und da gibt es dann auch kein Leckerli mehr, das gibt es vielleicht am Anfang zur Unterstützung und dann gibt es nochmal, super, gut gemacht, dann genügt ihnen der verbale Lob, beziehungsweise ist es für sie einfach schon schön, deine Freude zu sehen. Viele Hundebesitzer, ich merke das, wenn die zum Training kommen, die loben auch fast. Also nehmt viel aus, hörst du ständig, aber loben fast nie. Und die sind so emotionslos. Super, Gina, Gina, Lucky, Spucke, Schnucke, Mucke, komm her, komm her, komm her. Nein, da komme ich auch nicht. Und warum kommt er zu dir? Sag ich, hast du dir schon einmal zugekocht? Nimm dir einmal auf und dann schaust er mich auf. Wenn ich meinen Hund ruf, ich ruf es jetzt, dann werden wahrscheinlich alle kommen. Mäuse, wo sind meine Mäuse? Mäuse, Mäuse, Mäuse. Bravo, gut gemacht, so ist es fein. Der Pferd ist schon ziemlich verständnislos, so gut, irgendwas hat die Alte jetzt schon wieder. Die Mädels sitzen im Bett und spielen Ball. Im Bett Ball spielen, ja. Zeigt Freude, in dem Moment, wo ihr den Tieren, so wie bei den Pferden, bei Pferden ist es wieder anders, aber da zeige ich auch meine Freude. Da sage ich auch, oh, so fein, super, da lobe ich halt ruhiger, langsamer. Aber ich freue mich wirklich, wenn meine Hund oder meine Pferde mit mir kooperieren. Und diese Freude zeige ich ihnen. Und wenn du jemandem zeigst, dass du Freude hast an dem, was er tut, dann wird er das gerne tun. Weil Tiere haben nichts lieber, als uns oder anderen eine Freude zu machen. Die freuen sich, wenn sie was richtig machen. Und darum ist es einfach viel wichtiger, das zu bestätigen, wenn sie was richtig machen, als immer nur sagen, was falsch machen. Weil wenn du immer nur hörst, was falsch macht, dann kooperierst du nicht mehr. Weil dann bist du einfach, ja, dann gibst du einfach auf, weil du denkst, es bringt ja nichts. Du gibst einfach auf. Und viele Hunde, das ist einfach ein Kommunikationsfehler. Die geben einfach auf, weil der Besitzer einfach nie bestätigt hat, was sie richtig machen. Sondern sie hören immer nur, was falsch machen. Und zum Beispiel, wenn du mit deinem Hund jetzt spazieren gehst und dein Hund rennt frei und der dreht sich um nach dir. Super, gut gemacht. Also 16, sie stehen mittlerweile eh schon wieder alle da. Dann lobe ich den Hund. Weil wenn er sich umdreht, heißt es, er schaut auf mich, er schaut, wo bin ich. Und das will ich ja bei einem Hund. Viele Hundebesitzer merken das nicht einmal. Der Hund dreht sich schon fünfmal um und da kommt nichts. Irgendwann dreht er sich einfach nicht mehr um, weil es eh wurscht ist. Und das ist einfach schade. Und auch bei Pferden, die ja noch schlimmer, weil es ja Fluchttiere sind, dieses Warten, diese Geduld, bis sie... Und wie gesagt, wenn die Hilde in den Kopf einsteckt, super, brave Hilde. Und dann kriegt sie auch eine Bestätigung. Und dann kriegt sie auch ein Leckerli. Und dann gehen wir aussehen und dann kriegt sie wieder ein Leckerli. Für mich ist einfach wichtig, dass die Tiere freiwillig mit mir mitmachen. Und gerne. Und nicht, dass ich über sie drüber gehe. Egal, ob das jetzt aus Angst ist oder aus Unsicherheit. Es ist egal. Ich möchte über niemanden drüber gehen. Sondern ich will, dass die freiwillig mit mir arbeiten. Und das nennt man eben Kooperationsbereitschaft. Sondern ich will, dass die freiwillig mit mir kommt. Wer steht da? Wer ist da? Wer ist da? Guck mal rein. Guck mal rein. Nicht der Halter. Das kann man nicht essen. Komm mal drauf. Ja? Super. Gut gemacht. Super. Und geht. Kommst du ganz? Super. Und geht. Wer da? 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 Ja, das geht nicht schneller mit dir. Wer da? Na, Fede, du kannst nichts weiter. Ich bin der Drack. Ich weiß, du bist ein super Bull. Aber das ist der Wer da. Wer da? Wer da? Kommst du bitte? Wer da? Danke schön. Tupper. Sättig.